Tatsächlich nicht so viel Bock auf diesen Affen. Ja, der wird gerade gemobbt. Guck ihn dir an. Tschüss! Oh, ich bin tot, was? Junkride. Oh, die Ult war so gut, ey. Gegen die Lucy Ult. Der hat ja richtig gepotert. Richtig reingeranzt schon wieder. Die ranzen, glaube ich, gerade einfach alles. Oh, der Affe ranzt auf Rade. Oh, 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 oh. Das ist ja richtig dämlich, also ich kann hier einfach rumlaufen, nichts machen. Drei gegen drei, machbar. Ich komme, Vincent. Ich ranz dich. Überlebe. Haben noch zwei Kills geholt. Okay, ich glaube, ich konteste. Ich glaube, ich konteste doch nicht. Wo bist du? Ganz einfach. Gib dir Speedboost. Wenn so ein Stück Scheiße. Cool. Wie gesagt. War schon immer so schnell. Ah. Oh. Scheiße. Die Junkride-Slinge haben sich komplett gefickt. Ja. Nice, guys. In German we call the Gegner-Team Ranzig. Now we are playing ranzig. Top 10 Ranzig Moments. Ja, also das ist jetzt ranzig. Das ist richtig. Einmal. Ranz. Einmal reinranzen. Wirklich. Wir ranzen komplett durch. Es wird richtig ranzig ranzen. Ist ja eine Tüte rein. Das wird auch raus. Es wird rausgeranz' Wieder reingeranz' Zurückgeranz' Wiedergeranz' Wieder, wiedergeranz' Das ist ja wirklich ranzig. Warum funktioniert das auch so gut? Also wir haben jetzt vier Matches miteinander nur gewonnen. Alter, genial. Wäre jetzt schon episch, wenn wir das jetzt auch einfach gewinnen. Ja. Eigentlich habe ich das hier schon als verloren abgestempelt. Ja. Weil ich einfach am meisten Schaden habe. Am zweiten am meisten Healing. Schade. Oh, die haben glaube ich wieder Fairmercy. Ja, Fairmercy. Ignorieren. Weiß nicht wie lange. Ignorieren, dominieren. Wup, wup, wup. Wup, wup, wup. I am the Krankenwagen. I am doing the big Krankenwagen right now, guys. So, if you want healing, just come to the Krankenwagen. Oh mein Gott, die Urisa hat so viele Healing-Hilfe. Oh ja, das ist doppelt ranzig. Oh oh, die Farad rausgeranzt. Oh oh. Umso mehr Tanks wir haben, umso ranziger wird das Gameplay. Ja. Ist ja auch so. Umso mehr Ranz kann ich einpacken, die Tüte. Schließt du? Ja. Wo kauft man ranz? Bei Ulrich. Der Ranz kommt frisch von Ulrich. Wirklich. Wirklich. Dann kommen die, dann kommen die Penner. Dann kommt so einer mit so einer Schippe. Geht so einer mit so einer Schippe in deren Mund rein. Dann hast du so Tüte ranzig. Pura ranzig. Pura ranzig. Pura ranzig. Pura ranzig. Aha. Ranz.